Es ist spät in der Nacht, die Sterne sind draußen und du, du bist drin, mit uns. Zeitgeist und wunderlich, dein Late-Night-Podcast. Wo der Kaffee kalt ist, die Witze heiß und die Themen, naja, irgendwo dazwischen. Also zieht euch warm an, macht's euch gemütlich und freut euch auf eine neue Folge. Hallo everybody, könnt ihr euch noch an diese wunderschönen Stimmchen erinnern? Und lang, lang ist es her und wir sagen ein großes Sorry, aber heute sind wir zurück und er ist mir zugeschaltet, live, am anderen Ende. Unser lieber Freund Maximilian Konrad, leicht versniffelt zurückgekehrt aus dem fernen Portugal. Aber ich sage erstmal, hallo, guten Abend, mein lieber Max. Hallo, mein lieber Jan. Ja, muss ich sagen, es tut mir sehr leid hier, dass ich so versniffelt hier ins Mikrofon reinbrabble. Aber vielmehr muss ich natürlich Entschuldigung sagen für uns im Namen von Zeitgeist und Wunderlich und im gesamten Team auch rund um Kater. War natürlich jetzt zwei Wochen Sendepause. War aber leider dadurch bedingt, dass wir wirklich Weltbürger wie wir sind, sind wir natürlich beide einmal komplett um die Welt gejettet. Und deswegen war es schwierig mit Terminkoordination. Wir haben wirklich versucht, alles möglich zu machen. Und ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dafür natürlich ein riesengroßes Sorry hier aus dem gesamten Redaktionsteam, von der Führungsetage, vom Aufsichtsrat und auch der Gewerkschaft, die uns hier betreut. Tun uns das natürlich herzlich leid. Genau, und auch von unserem Catering-Dienstleister. Ja, absolut. Von dem soll man es auch nochmal sagen. Richtig, richtig, richtig. Und außerdem, das haben leider nur viele nicht mitbekommen, Cater hat ja dafür wirklich Gas gegeben bei seinem Onlyfans-Account in der Zwischenzeit. Ja, richtig, genau. Er wollte wirklich den Ausfall wettmachen, habe aber das Gefühl, er hat das ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesendet. Muss man wirklich sagen, er hat das Profil auf so privat gestellt, dass er es selber nicht mal mehr sehen konnte. Also das ist schwierig. Ja, aber nun gut. Also Maxi, du hattest aber, bevor du hier reingesniffelt hast, hattest du eine gute Zeit in Portugal, oder? Ich habe es gesehen auf Insta, du hast uns so ein bisschen mitgenommen. Du warst unterwegs auf einer großen Digitalmesse, auf der, sag nochmal, wie heißt die? Das heißt, ich war auf der DemWebSummit. DemWebSummit? Nehmen wir uns da nochmal mit rein und vor allem, du warst auch surfen, also du hast richtig was erlebt, oder? Absolut, absolut, ja. WebSummit ist so einer der größten, eigentlich gar nicht Digitalkonferenten, sondern es ist eher Startup, also wirklich eine der größten Startup-Messen der Welt in Portugal. Und ja, über 70.000 Menschen da aus über 150 Ländern und da war natürlich die gesamte Startup-Bubble der Welt war da am Start. Wir haben uns alle gegenseitig erzählt, wie gut es läuft, dass hier der eine Deal jagt den nächsten. Wir sind alle kurz davor, milliardenschwere Unternehmer zu werden, also deswegen alles gut. Nein, Spaß beiseite. Kurze Frage dazu, wer war denn hier aus deutscher Perspektive da? Gab es irgendjemanden, den man so in der deutschen Öffentlichkeit kennt? War ein Frank Thelen vor Ort? Hat Jochen Schweitzer nochmal das Bungee-Seil ausgepackt? Wer war da? Nee, aus Deutschland, also wer kommen sollte, war Robert Habeck. Ich wollte gerade fragen, also eigentlich wäre das doch irgendwie so ein Spot für ihn, oder? Ja, Robert Habeck hat mich dieses Jahr das zweite Mal schon hängen lassen. Also einmal war ich dieses Jahr auf der Bits & Pretzels, da war Robert Habeck leider schon angekündigt, dann ist sein Flieger ausgefallen, weil ich gedacht habe, billige Ausrede. So von Berlin nach München. Genau, wollte ich gerade sagen, jetzt muss man nochmal sagen, Bits & Pretzels in München, eher gemeinhin in Berlin unterwegs, hätte man wahrscheinlich auch den Flieger danach noch nehmen können. Oder hätte man vielleicht auch mit der Bahn fahren können, so als Politiker der Grünen, aber gut. Ja, das hat er ja gemacht, das weißt du, bis einschließlich letzte Legislaturperiode. Da hat er dann auch gerne auch nochmal die Schuhe ausgezogen, hat die in die Ecke gestellt und hat so schön die Knie angezogen und darauf seinen Laptop drapiert. Das macht er nicht mehr. Der neue Robert Habeck fliegt jetzt scheinbar nur noch, oder eben auch nicht. Ja, und da war jetzt aber der Hintergrund, dass irgendwie kurz vor der Veranstaltung sich der CEO dieser Veranstaltung nicht besonders smart und auch irgendwie nicht sehr rücksichtsvoll über den Konflikt im Nahost geäußert hat. Er ist daraufhin zurückgetreten oder wurde gegangen, sagen wir mal so, er wurde gegangen. Ah, echt? Also der Typ? Der CEO vom Web Summit. Ah ja, okay. Nichtsdestotrotz gab es großen Aufschrei, viele große Unternehmen haben sich von der Veranstaltung zurückgezogen. Und dann wurde auch Robert Habeck unter anderem vom Land Israel und 300 Unternehmen aus Israel persönlich angeschrieben und mit der Bitte, das doch wohl besser sein zu lassen, da hinzufahren. Und da hat er gehört und hat es gelassen. Mhm, ja gut, verstehe. Ich nehme an, deshalb war am Ende des Tages auch Jochen Schweitzer nicht da und Frank Thelen. Ja, das ist gut möglich. Ja, sonst habe ich, nee, das ist, also Deutschland ist da gar nicht so vertreten, das ist tatsächlich. Ja, wen wundert's? Weil er als Startup oder was? Ja, genau, also weil es um Innovationsprojekte geht. Ja, ja, ja. Da haben wir jetzt, würde ich sagen, in den letzten Jahren, zumindest im ganz großen Stil, nicht unbedingt auf uns aufmerksam gemacht, oder? Nee, richtig. Also da gab es einen Stand so rund um Deutschland, aber das war schon so. Also da habe ich mich mit denen unterhalten und habe dann auch gedacht, okay, ich blicke nicht ganz durch, wer ihr seid und was ihr macht, aber schön zu wissen, dass es euch gibt, schnell weg hier, sonst werde ich noch mit denen assoziiert. Das ist ungefähr so. Also ich glaube, Deutschland ist auf dem Websummit das, was dann hier, hierzulande auf der Frankfurter Buchmesse so die Mongolei oder so ist. Ja, oder wenn du so auf, meistens gibt es ja dann so große, weiß nicht, so Industriemessen und da ist dann meistens irgendwie so, da kommen dann wirklich so Deutschland präsentiert und die Amerikaner präsentieren da und oftmals ist dann irgendwie so China oder Russland kommen dann immer mit so ein bisschen so billigen MeToo-Produkten um die Ecke und billigem Alk und sind dann immer so ein bisschen in der Rumpelhalle so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen so, das sind die, die nicht richtig Gas geben. Und das ist Deutschland auf dem Websummit, würde ich sagen. Ja, genau. Geisterfahrer, Geisterfahrer auf dem Websummit. Ja, wirklich wahr. Ja, und Surfen, wunderbar, Erisera, Ribera de Ilas ist ein berühmter Strand, sehr schön, wir hatten Top-Bedingungen und ja, wunderbar, also Surfen, wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Ich entdecke die Liebe für diesen Sport immer wieder für mich aufs Neue und es ist einfach herrlich, herrlich, herrlich. Aber genug von mir, Jan, was hast du so gemacht? Du warst ja auch viel unterwegs. Ja, ich war unterwegs, ich bin ja erstmal wieder angekommen, weil das letzte Mal, als wir zumindest hier on tape gesprochen haben, war ich ja noch in Mexiko. Ja, und da hatte ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit, bin wieder gut hier angekommen, musste mich aber dann natürlich erstmal hier wieder an die klimatischen Bedingungen gewöhnen. Überhaupt gar nicht, das stimmt gar nicht. Wir sind nämlich, du bist montags wieder angekommen und montags, als du angekommen bist, waren wir direkt abends zusammen auf einem Konzert. Also wir haben uns tatsächlich physisch gesehen und waren bei Noel Gallagher auf einem Konzert, direkt als du gelandet bist und ich glaube, dann bist du direkt danach geschäftlich weitergereist. Nein, 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 aber ich meine auch, wir haben uns gesehen und gesprochen, aber nicht hier on tape. Nee, nicht on tape, richtig. Deswegen, du wolltest das gerade, du musstest dich akklimatisieren. Ich gebe den Leuten nur ein bisschen Input, wie deine Akklimatisierung gelaufen ist. Die hat nur sehr lange gedauert. Konzert, dann Arbeiten in Berlin, dann Karneval feiern und ich weiß nicht, was du dann noch gemacht hast. Dann wahrscheinlich nochmal Konzert, dann noch einen Marathon gelaufen, Mudmasters und dann kurz noch irgendwie ein Theaterstück eingeprobt. So war es ungefähr, oder? Ja, so in etwa hat es sich auf jeden Fall angefühlt und dann ist, glaube ich, auch kurzfristig von meinem System abgestürzt. Aber, nein, mittlerweile bin ich wirklich wieder angekommen. Karneval habe ich gefeiert. Ich war ja Elvis, weil ich mir so dachte, nach Karl Lagerfeld, was kann da kommen? Klare Antwort, Elvis. Problem war nur, ich wurde nicht so richtig erkannt. Nee, also ich muss auch ganz klar sagen, lag an dir. Lag auch komplett nur an mir. Ja, unter anderem hatte das so ein bisschen mit meiner Bartmode zu tun. Ich habe nämlich, also ich habe es zumindest übers Herz gebracht, mir meinen Vollbart abzurasieren, habe den Schnuppi aber stehen lassen. Ja, auf welchem Grund? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe gedacht, ohne den fühle ich mich dann endgültig entblößt und nackt und dann ist der stehen geblieben und das hat aber dann auch endgültig wiederum dazu geführt, dass niemand mich als Elvis erkennen konnte, weil Elvis mit Schnuppi hat es auch nie gegeben. Nee, also dann hättest du sogar, also da war es dann so egal, da hättest du auch den Bart lassen können. Genau, das habe ich mir auch im Nachhinein gedacht. Also das war wirklich so das unnötigste Verabschieden eines Vollbarts in der Geschichte der Bartträger. Ja, und dann hättest du einfach auch sagen können, gut, also oder dann zu sagen, komm, jetzt ist es eh egal, wenn der Bart jetzt schon so weit ab ist, dann mache ich jetzt den Rest eben auch noch mit und dann ist es auch okay. Also oder schnell noch das Kostüm wechseln. Ja, also ich hätte den 1A Freddie Mercury abgegeben. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Aber ja, Elvis, da hat man sehr, sehr viel Fantasie auf jeden Fall gebraucht. Ja, und du hattest auch noch einen Freund mit, der hatte so einen Hut auf und war so weiß angemalt und einen roten Anzug. Und das hast du mir bis heute noch nicht erläutern können, was das für ein Kostüm war. Pantomime. Ganz klarer Fall, Pantomime. Ich habe gedacht, Wes Borland. Ja, nee, nee, nee. Gitarist von Libisket. Von Libisket, ne? Ja, genau. Nee, der war es nicht. Den habe ich ja noch gesehen. Oder ich sage mal so, der hätte auch Elvis sein können. Der sah ungefähr so Elvis-mäßig wie du aus. Auch die Perücke war keine Elvis-Perücke, oder? Ich weiß nicht. Also, da muss ich nur sagen, ich habe es halt bestellt bei Amazon, ganz klar als Elvis-Perücke. Und manchmal ist es ja dann so, dann packt man sowas auf und dann war es auch so einen Tag vor Karneval und man stellt so fest, nee, nee ist es nicht. Aber ich war handlungsunfähig, da konnte ich auch nichts mehr machen. Also habe ich es durchgezogen. Ich sage mal so, also du warst mehr Manfred Presley als Elvis Presley. Ich war einfach Manfred Krug. Weißt du, so die deutsche Antwort auf Elvis Presley. Ja, das wäre möglich gewesen. Ja. Ah ja, aber gut. Das habe ich gemacht. Mittlerweile, wie gesagt, bin ich auch wieder hier vollends angekommen. und freue mich übrigens, Maxi, denn du weißt, ich bin ja als großer Event-Manager und Macher unterwegs in Besseldorf. Und diese Woche, jetzt wo wir sprechen, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Also nächste Woche erstmal, das vorab, gibt es die nächste Ausgabe unserer wunderbaren Live-Comedy-Show. Nächste Woche, ne? Das nächste Woche? Das ist nächste Woche? Nee, du hast gerade schon einen kleinen Herz aussetzt. Nee, ich hatte die ganze Woche, also immer, wenn ich die Werbung dafür gesehen habe, hatte ich so einen kleinen Herz aussetzt und gedacht, ist das diese Woche? Nein, 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 nein. Das ist am 29.11., das ist kommende Woche Mittwoch. Ja, 29.11. Ausnahmsweise mal mittwochs, ja. Und warum ist es mittwochs? Da kommt nämlich die Erklärung jetzt. Denn, wie gesagt, es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Meine neueste Neuschöpfung. Lucky Punch. Oder auch Lucky Punch. Ja, es ist ein Glühwein-Get-Together. Es ist ein Weihnachtsmarkt in Kuhl. Es ist eine Tanzgelegenheit. Es ist die absolute Ekstase. Es ist Knutschen unter Mistelzweig. Alles das ist erlaubt. Und da fühl dich auch einfach mal herzlich mit dazu eingeladen und alle, die das hier hören. Und das nächste Donnerstag dann, oder was? Schon ab diesem. Schon ab dem 23.11. wird die Vorweihnachtszeit hier eingeleitet. Ist das jetzt jede Woche? Ja, genau. Ich mache übrigens auch Musik und man wird sich darauf einstellen müssen, ich werde am Abend so gut und gerne 10-15 Mal Mariah Carey spielen. Aber ich glaube, es wird groß. Also ist das jetzt ein einmaliges Event oder ist das jetzt jeden Donnerstag bis Weihnachten? Jeden. Jeden Donnerstag bis Weihnachten und weit darüber hinaus. Also ich plane das einfach jetzt ganzjährig ein. Also Glühwein zu Not auch im Hochsommer. Und das ist der Grund, warum das, also und da hast du gesagt, hey, da muss das Comedy-Event weichen, denn du hast andere Pläne und da werden Termine rumgeschoben, links, rechts, wie geradeaus. Und es muss ja auch irgendwie auch noch, also deswegen findet auch Wetten, dass jetzt am Samstag statt, oder war das schon? Genau, richtig. Die wollten eigentlich auch auf den Donnerstag, aber deswegen mussten die jetzt schieben. Ja, ich hoffe, du hast die Leute mit deinen Plänen nicht zu sehr verwirrt und durcheinander gebracht. Ja, dass die jetzt donnerstags da vor der Tür stehen, ne? Also passieren kann es. Für dich könnte das natürlich eine gute Methode sein, die Leute zu dem Event zu bringen. Schwierig wird es nur, wenn gelacht wird am Donnerstag dann. Also da musst du dir dann Sorgen machen. Ja, keine Ahnung. Oder schwieriger wäre es nur, wenn quasi auf der Glühwein-Veranstaltung mehr gelacht würde, als auf der Comedy-Show. Ja, ja, richtig, genau. Oh gut. Es gibt doch nicht immer, wie heißt es denn immer, gibt es nicht Donnerstag immer wie in dem, ach, mein Brain ist, ich habe einen kompletten Pudding im Hirn. Wie heißt denn nochmal dieses Donnerstagsevent im Sir Walter? Wie heißt das nochmal? Milchbad? Ja, kann sein. Vielleicht müssen wir einfach auch jetzt immer donnerstags dieses Comedy-Event auch so etwas Ähnliches wie Milchbad nennen. Einfach nur, dass so eine maximale Verwechslungsgefahr besteht, dass die Leute einfach so zu uns kämen. Wobei, bisher müssen wir uns ja keine Sorgen machen, dass zu wenig Leute kommen, also insofern, aber wir könnten eine größere Halle anbieten. Also wir machen dann so eine tausende Halle und die machen wir dann voll, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Leute denken, es ist eigentlich eine Sir Walter-Party. Aber wir schauen, wir sind jetzt hier total drin im Lokalkolorit, da müssen wir raus. Max, wir gehen jetzt rüber, ganz schnell mal ins große politische Berlin. Die politische Woche mit Maxi und Jan. Ja und da sind wir in der politischen Woche und Maxi, was ist in der abgelaufenen Woche so passiert? Ich hole dich mal hier wieder rein. Du warst in Portugal, du bist ja völlig raus. Ich habe mich nur mit den portugiesischen Wahlen beschäftigt, weil da ist ja der Präsident zurückgetreten, nachdem es da Korruptionsvorwürfe gab. Also auch alles im Rahmen des Websites passiert. Also wir haben schon gedacht, wenn wir da hinkommen, sind die Tore verschlossen. Also wer da alles zurückgetreten ist oder gegangen wurde, das ist ja der Wahnsinn. Nur wir waren noch da. Ja, aber da waren Wahlplakate, also da ist richtig noch Arbeiterkampf angesagt. Ja, siehst du? Also ihr wart kurz davor, den Laden zu übernehmen, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ich würde auch sagen. Ja, hier in Deutschland, da stellt sich mittlerweile die Frage, wer hier kurz davor ist, den Laden zu übernehmen, denn die Ampel, würde ich sagen, hat jetzt schon wieder die Kacke am Dampfen. Also das ist ja jetzt keine ganz neue Erscheinung, aber jetzt ist die Sachlage dann doch nochmal etwas anders geartet. Es geht um Folgendes. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht in der letzten Woche eine Entscheidung getroffen. Und zwar gab es einen Nachtragshaushalt 2021. Schon mal davon gehört? Womöglich. Womöglich, ja. Womöglich, ja. Aber das hatten alle schon längst wieder vergessen. War da das Sondervermögen drin? Ja, also kann man sich ein bisschen vorstellen wie nochmal so ein Sondervermögen Häufungsgeschichte, ja. Also so eine Art nachträgliche Bad Bank, die da so rangeflanscht wurde. Und da hatte man 60 Milliarden Euro nochmal in diesen zweiten Nachtragshaushalt 2021 geschoben. Ich finde, das ist eine gute, das nennt man irgendwie, das ist auf jeden Fall eine gute Bilanzierung, die man da durchführt. Also kreatives Accounting, sagen wir dazu. Absolut. Also ich würde erst mal sagen, du machst so erstmal so deinen Haushalt und sagst so, also wenn du zur Bank gehst und einen Kredit machst so, als Privatfamilie und sagst so, naja, also hier sind folgende Zahlen. Danach habe ich folgende Kreditlinie und hätte ein Nettoeinkommen von 5000 Euro. Da müsste der Kredit ja durchgehen. Und dann sagst du, wenn du da durchgesagt hast, Entschuldigung, ich habe hier noch einen Nachtrag zu meinem Haushalt, da waren jetzt folgende Posten nicht reingerechnet. Genau, das wäre dann das sogenannte Erste, der erste Nachtragshaushalt gewesen. Also wenn man jetzt gemerkt hat, ach das passt gar nicht, ich brauche ja eigentlich noch viel mehr Geld, weil ich jetzt als Privatperson gesprochen, ich brauchte ja doch noch den neuen Fernseher. Ja, also so und jetzt ist es bei der Ampel aber so gewesen, beziehungsweise da war sie ja leidlich an der Macht, aber wobei zumindest an die Macht gekommen, es gab dann noch einen zweiten Nachtragshaushalt und der lief über 60 Milliarden und diese 60 Milliarden waren allerdings dafür vorgesehen, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Ja, also das war die Idee. Und deswegen hat man da dann extra eine Ausnahme auch gemacht von der Schuldenbremse. Ja. Aber jetzt war es so, man brauchte die dann gar nicht mehr. Ja, man brauchte die 60 Milliarden gar nicht mehr jetzt so für Corona-Krisen, geschädigte Betriebe und Co., ja, sondern dann hat man gedacht, naja gut, also jetzt haben wir aber diesen Nachtragshaushalt ja verabschiedet. Die 60 Millionen, die 60 Milliarden, die haben wir ja jetzt. Ja. Die können wir ja eigentlich auch ganz gut für andere Projekte gebrauchen, ne? Ja, richtig. Thema Klimaschutz, Thema Sanierung von Gebäuden, Thema Elektromobilität. Und dann war das auch so vorgesehen, nur hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, das geht ja gar nicht, das ist ja hier überhaupt nicht verfassungsmäßig zulässig. Ja, und jetzt muss man die Kohle wieder reinholen, ja, also das ist genau. Also ausgegeben ist es schon. Ja, das wäre jetzt mal so mein Verständnis, weil ich meine, wenn man ja einen Nachtragshaushalt 2021 gemacht hat, gehe ich ja eigentlich davon aus, die Kohle ist weg in 2023, oder? Ja, du, wenn man, weiß man nicht, das Sondervermögen für die Bundeswehr ist auch noch nicht ausgegeben. Ja, oder möglicherweise ist es dann auch tatsächlich einfach in die Folgejahre verschoben worden, weil sonst könnte man natürlich auch genauso gut sagen, weg ist weg, ne? Also Schwamm drüber, weg ist weg. Ja. Deswegen, du magst recht haben, dass es dann zwar eigentlich aus 2021 stammt, ja, aber jetzt dann erst wirksam werden sollte. Aber wie gesagt, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, rück die Kohle raus, give the money. Give the money und deswegen muss jetzt der sogenannte Rotstift angelegt werden. Ja, wo wird gespart? Ja, es muss gespart werden, Chrissy Lindner ist losgelaufen, es gab wohl auch so eine Art, ja, Haushaltskommission, die hat natürlich dann auch wieder die ganze Nacht getagt, also wie das immer so ist. Ich finde es auch da wieder geil, ne? Weil meistens, man kennt es beispielsweise ja noch so aus Studienzeiten, meistens so um 5 Uhr morgens, da hat man nicht die besten Ideen, ne? Ja, zumindest wenn man auf einer Party war, dann ja, beim Lernen selten. Ja, ich weiß auch nicht, die brauchen mal irgendwie, müssen sich mal irgendwie was so hat wie ein Calendly oder so, weißt du, so einen ordentlichen Planer mal besorgen, dass die immer so lange Tagen, also können die das nicht auch einfach an zwei Tagen machen, dass man sagt, so wir treffen uns jetzt mal morgens um 8, dann arbeiten wir mal bis irgendwie 18 Uhr, dann gehen wir alle zusammen essen und dann treffen wir uns morgen einfach um 8 wieder. Und nicht immer so, wir treffen uns irgendwie um 2 und dann bis in die Nacht und dann ist ja auch die ganze Woche hinüber, also da kommt ja nur noch Nonsens bei raus, auch dann für die Folgetage. Also wir haben es ja gesehen, was passiert, du jettest um die Welt, musst dann noch ein bisschen Halligalli machen, dann wieder arbeiten, ja, und dann kommt am Ende so ein Elvis-Presley-Kostüm raus. Ja, weißt du, so. Genau, also das war im Grunde genommen. Da sieht man es ja im Kleinen, das wird halt verschissen. Mein Elvis-Kostüm war wirklich eine Konsequenz aus meinem ganzen aufgestauten Jetlag und meinem wenigen Schlaf, ja? Genau. Und am Ende wirklich Grütze, ja? Genau, nicht Fisch, nicht Fleisch, wie wir sagen. Ja, und da kann man sehen, so ungefähr sind dann die Ergebnisse auch, die dann bei solchen Meetings zusammenkommen. Also ich bin mal gestanden, was da gestrichen wird. Ja, ich glaube, es gab auch schon die ersten Ansätze, wo jetzt gespart werden soll. Ich glaube, Christian Lindner streicht einfach ersatzlos Robert Habeck. Also ich glaube, jeder, der ihm unangenehm wird, den streicht er jetzt einfach, weißt du, so haben wir kein Geld mehr für. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es gab die ersten Ansätze. Ja, er könnte ja auch so den Inventar streichen im Bundestag zum Beispiel und dann bauen die sich selber so Sitzgelegenheiten aus so Paletten, weißt du, so ein bisschen Boho-Style. Also A-Inventar, du meinst Interieur vor allem, ne? Ja, ja, das meine ich, genau, das Interieur, genau. Wer macht da so ein bisschen so was Selbstgebautes? Alles wirklich mit so Euro-Paletten, aber ganz wichtig, dafür aber Pampas-Gras. Ja, sicher, ja, hallo, sicherlich, sicherlich. Also so viel Zeit muss sein. Nee, ich habe eigentlich verstanden, wenn, also warum weniger, also warum so Plenarsäle und sowas so weniger wohnlich sind, weißt du, so, dass das einfach einladender wird, dass das so ein bisschen so wirkt, ja, wie so ein schickes Boho-Kaffee oder so ein bisschen so, weißt du, so heimelig, dass man denkt so, ey, das ist total fest, da gehe ich gerne hin, da steht da in der Ecke noch so ein ganz gediegener Barista, der da einem was zusammentrommelt, hinten noch so eine kleine Snackbar, das wird auch mal was. Die können dann auch in so Sitzsäcke oder in so Hängematten da in den Plenarsaal hängen. Dann kommt irgendwann hier unser Gesundheitsminister um die Ecke, der gibt dann wirklich endlich das Ganja frei, also es gibt auch wirklich so eine, gibt so eine kleine Raucherecke noch, weißt du? Ja. Wo, übrigens, wer dann auch noch sitzt? In der Raucherecke? Ja, immer noch sitzt, Armin Laschet, der seine Zigarette losraucht. Ach so, ja, 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 stimmt. Ja, ich glaube, die Ansätze, die es bisher so gab, sahen eigentlich Folgendes vor, also Elterngeld wird jetzt, glaube ich, dann endgültig gestrichen und Schnitzel. Ja, aber Moment, Elterngeld wird komplett, also zu der Höhe bis 150.000 Euro oder komplett? Ich glaube, dann einfach komplett. Ja, also folgende Empfehlung hätte ich auch noch. Also ich habe vor einiger Zeit mit einem Zeitsoldaten gesprochen und der sagte, also man muss ehrlich sein, also bei der Bundeswehr ist nichts mehr gedroschen. Also auch da noch Geld zu investieren, aus seiner Sicht würde da wenig Sinn ergeben. Also da kann man, also da würde man sagen, lass das mit dem Geld, stell da so eine Rumpftruppe zusammen und dann hoffen wir einfach auf den Schutz der Amerikaner und der NATO, aber das selber jetzt nochmal aufrüsten und irgendwas zu machen, das wird niemals funktionieren. Und das Geld können wir uns auch schon sparen. Also 100 Milliarden hätten wir also aus den Sondervermögen, wo man sagt, komm, sind wir ehrlich, lassen wir es. Und das, wie gesagt, und das ist von jemandem, der bei der Bundeswehr ist. Ja, das fände ich auch geil, wenn du jetzt wirklich einfach dieses Sondervermögen von der Bundeswehr, wo man ja wirklich gesagt hat, jetzt kommt hier der Doppelwumms und jetzt wird richtig aufgerüstet, wenn das jetzt einfach zurückgedreht wird und es wird dafür genutzt. Also das wäre wirklich einfach nur hilarious. Im Übrigen, ich habe da irgendwann auch eine sehr gute Podcast-Folge gehört von Macht und Millionen Scoops. Ja, den habe ich auch gehört. Und da ging es nämlich um Kampfhubschrauber, die die Bundeswehr zumindest mal dabei oder im Begriff ist zu bestellen. Und das ist auch ein ganz, ganz exquisites Kapitel mal wieder unserer deutschen Wehrgeschichte. Es ist nämlich so, da wollte man ganz clever sein, irgendwie man wollte Kampfhubschrauber bestellen, aber die waren nicht so schnell verfügbar und außerdem sehr teuer. Und dann hat man einfach andere Hubschrauber angeboten bekommen und zwar, die gar keine genuinen Kampfhubschrauber sind, sondern einfach Hubschrauber, wo man aber dann unten noch Waffensysteme anschrauben kann. Also zumindest hat man sich das idealtypisch so vorgestellt, ja und jetzt hat man aber im laufenden Prozess festgestellt, also auch von verschiedenen Seiten und von Experten auch. Also die sind einfach nur ein riesen Sicherheitsrisiko und arschteuer trotzdem. Ja, also soviel auch nochmal zum Thema. Also die gefährlichste Waffe ist der Hubschrauber selbst. Ganz genau. Und die Sexiness von Pistorius. Ja, wirklich. Wir haben ja noch so, wie heißen die, Kamikaze-Flugzeug. Ja, das wäre doch mal eine Idee, die sind auch gar nicht so teuer. Übrigens, die FDP begrüßt im Grunde genommen dieses Urteil, weil man sagt, ein klares Votum für die Schuldenfremse. Ja, okay. Fand ich auch irgendwie gut. Maxi. Ja, für die Geschäfte machen, keine Ahnung. Also das ist halt, das ist halt alle, wenn die alle nur immer Mamas und Papas Geld ausgegeben haben, ihr Leben lang. Wenn sie immer irgendwie den, wie nennt man das noch so schön, ja egal. Auf jeden Fall, heute, wie gesagt, aus mir kommt eh heute nichts mehr Sinnvolles raus. Hätte ich jetzt gedacht. Außer, außer etwas, wie sagt man, Schnodder? Ja, genau, so nennt man es. Also, vielleicht kannst du uns zum Ende der Folge auch da nochmal so ein bisschen Farbe und Konsistenz beschreiben. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich sagen, Max, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar, Joe Biden, dein Lieblingspräsident der Vereinigten Staaten, er hat Geburtstag und er ist, oder hatte Geburtstag, er ist 81 Jahre alt geworden. Und wir, ich war ganz durcheinander, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, er wird 90 und ich hatte es, ich habe wirklich kurz vor sich gedacht, so, ist der wirklich 90 geworden? Nein, nein, also ganz so, ganz so weit sind wir da noch nicht, ja, aber zumindest ein knackiger 81. Und, ja, also tatsächlich, heute, als wir aufnehmen, oder wie wir aufnehmen, wird er 81. Ja, ey, das soll man, also kommt ja ein bisschen drauf an, ne? Also, da sagen ja viele, unfähig, inkompetent, nicht möglich. Ich sag mal so, mit 81, oder jetzt mit 80, 81, gehen die Rolling Stones auch nochmal auf Tour. Da sagt jetzt auch keiner so richtig so, ob das noch sinnvoll ist. Jetzt ist vielleicht irgendwie der Wirkrat der Rolling Stones ein anderer als der von Joe Biden. Aber da muss man ja auch sagen, wenn die mit ihrem Wirkrat das noch können, dann wird es Joe Biden gerade noch tun können, ne? Also, die haben ja eine größere Bedeutung, also die Rolling Stones haben ja schon eine größere Bedeutung als der afrikanische Präsident. Also, das ist ja auch alles klar. Ja, also auf jeden Fall mehr Macht. Ja, ja, genau. Und es ist aus meiner Sicht auch ein ganz klares Votum für relativ viel Heroin in den 80ern. Ja, also, die einen haben es gemacht und sind damit scheinbar echt gut gefahren. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, da ist eine Komponente, die du auch so vorgelassen hast und die für Joe Biden sehr entscheidend ist. Das kannst du nur machen, wenn du Brite bist. Also, die Heroin-Nummer in den 80ern und dann 80 Jahre alt werden, das geht nur, wenn du Brite bist. Das geht für kein anderes Volk. Ich glaube, das ist genetisch, also so unkaputtbare Rockstars hast du einfach nur in Großbritannien. Also, der Großteil der Amerikaner, also siehst du ja, der Club 27, das sind doch alles Amerikaner, oder nicht? Äh, ja, außer Amy Winehouse. Ja, gut, die, aber dann weiß er ungefähr, auf welchem Level die unterwegs war. Selbst Pete Doherty. Da war das Problem. Selbst Pete Doherty. Weißt du, selbst der wird wahrscheinlich steinalt. Der hat zwar jetzt selber schon mal gesagt, so, ne, I live on borrowed time und ihr guckt euch gerade, ihr guckt gerade Mann beim Sterben zu, weil er so hart gelebt hat, aber auch der wird wahrscheinlich 80 Jahre alt. Außerdem, der lebt jetzt mittlerweile, ich, nee, er hat gesagt, also im Interview, er hat gesagt, er lebt zu viel Zucker. Also er hat zu viel Zucker, zu viel Kopiin. Das sieht man ihm auch leicht an, aber Max, ich war gestern hier auf einer Ausstellung, Beyond Fame, Kunst von Leuten, die eigentlich für etwas anderes berühmt geworden sind und aber auch Kunst machen, unter anderem auch Werke von Pete Doherty. Und da habe ich nämlich erfahren, er fährt auch manchmal einfach aus Inspirationszwecken ein bisschen mit seinem, Achtung, Twingo, ja, durchs englische Hinterland und so entspannt er, ja. Und der Mann, der lebt ein ganz, ja, easy peasy Leben, der ist entspannt. Ja, aber jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Ja, 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 ja. Wir müssen wieder zurückkommen zu Joe Biden, der ja heute 81 geworden ist. Ich habe kurz nochmal gegoogelt, was er heute so gemacht hat, unter anderem hat er heute zwei Truthähne begnadigt. Ja, das ist einfach cool. Kurz vor Thanksgiving, ja, ja, das wird gewünscht gemacht. Ja, das ist aber scheinbar so eine amerikanische Tradition, ne? Ja, richtig, genau. Die, die ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Aber, also es sieht unfassbar gut aus, weil man sieht ihn einfach und dann diesen riesigen Truthahn in seinen Armen. Also, komm mal. Ja, und die Frage ist, und dann werden, also so zwei Truthähne werden begnadigt und dann fragst du dich ja, irgendwie standen die halt, weißt du, waren die, also wurde halt da, war vorher die Todesstrafe verhangen. Weißt du so? Ja, genau. Also, oder, nicht Todesstrafe, aber dann einfach so lebenslänglich, 90 Jahre Haft. Ja. Wirklich. Inklusive Waterboarding. Ja, genau, das waren die vorhin immer für Informanten irgendwie gehalten, das IS oder so. Genau, ja, er steckt mit Osama Bin Laden unter einer Decke. Ja, wirklich. Ja, während Joe Biden die Truthähne begnadigt, hat Donald Trump damals seine ganzen Wege und Eidgenossen nochmal alle begnadigt, ne? Viele von denen sahen tatsächlich aus wie Truthähne, aber, ne, darf nicht zu verwechseln. Ja, übrigens, er hat sich heute auch noch an seinem Ehrentag ein Fauxpas geleistet. Oh ja. Äh, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Ist es soweit, in die Hose geschissen? Nein. Tenerman, ist es soweit? Nein? Nein. Okay. Das auf gar keinen Fall. Übrigens dazu, ich habe letztens auch gesehen, ihn in einer Pressekonferenz und da gab es so einen kurzen Moment der Stille und dann gab es ein Pupsgeräusch, aber in diesem Fall aus dem Publikum. Und er hat es aber sehr witzig aufgenommen und er meinte dann so, to be honest, in this case, it wasn't me. Das fand ich irgendwie sehr stark. Heute dann aber wieder etwas so Richtung Fauxpas. Er hat scheinbar zu einem sechsjährigen Mädchen gesagt, als er ein Kompliment machen wollte, ich liebe deine Ohren. Also das hat auf jeden Fall für, naja, etwas Aufsehen gesorgt. Ich weiß nicht, was er eigentlich sagen wollte oder was da gerade so in seinem Kopf umging, aber naja. Wer weiß, vielleicht war es ein guter Save. Vielleicht wollte er wirklich sagen, I love you. Weißt du so. Hat er sich gerade mit den Ohren nochmal rausgeredet. Ja, richtig. Naja. Ja, oder einfach, vielleicht macht er auch extra so weirde Statements, weil das einfach die Leute dann so, weißt du, das verwirrt die Leute so sehr, wenn man darüber nachdenkt. Also du sagst dann einfach so random stuff, sowas wie, ich liebe deine Ohren. Und alle so, what? Weißt du so, und sind dann so raus. Aber er hat dann noch, pass auf, scheinbar hat er gesagt, ich liebe deine Ohren, sie sind wirklich cool. Ja, das musst du dir nicht angewöhnen. Ich sag dir das, du musst dir so Sachen angewöhnen, was Leute komplett irgendwie aus der Fassung bringt. Total irritiert. Ja, ich sag mal so, als Künstler überhaupt kein Problem. Weißt du, so als Jonathan Mese völlig zusammenhänglose Sachen. Und dann wird irgendwie ein großes künstlerisches Statement daraus. Als amerikanischer Präsident schwierig. Ja, doch, in dem Moment, in dem Moment. Und wer weiß, also weißt du, das ist ja jetzt nichts Wichtiges in dem Moment. Und da sagst du einfach so random stuff. Ja, okay. Also vielleicht ist das auch noch eine Taktik. Vielleicht muss Olaf Scholz auch solche Dinge mal anfangen zu sagen. Genau, insbesondere, wenn er vielleicht nochmal demnächst auf etwaige Treffen mit der Warburg Bank angesprochen wird. Ja, und dann fängt er einfach an, irgendwie her von Ribbeck auf Ribbeck im Haveland oder so, weißt du, sagt er sowas, zu rezitieren oder so. Oder die Glocke oder irgendwie sowas, weißt du, er fängt dann einfach an. Ja, oder passend zur Weihnachtszeit begnadigt er einfach so zwei Gänse, weißt du? Zum großen Gansessen. Ja, richtig, richtig. Ja. Das wäre doch mal was. Ungefragt. Nee, solche Traditionen mal einführen, weißt du? So, einfach auch mal Gänse begnadigen. Ja. Einfach so, damit eine neue Tradition einführen. So, wirklich. Max, wir machen es so. Ich würde sagen, wir warten ab, wir sagen nochmal Joe Biden, alles Liebe, alles Gute. Ja, Happy Birthday, wie wir sagen. Happy Fucking Birthday. Und dann geht es weiter für uns, nämlich in die Panorama-Kategorie. Also, let's go over. Tu se calma, ma fa de roi. Panorama. Und da sind wir. Ja, und es ist wirklich, jetzt nämlich, es ist nämlich viel los. Also, man muss merken, also man merkt lange, es wird die kalte Jahreszeit. Die Leute werden, sind alle mehr drin, die sind mehr zu Hause. Keiner, keiner will so richtig noch mehr Politik machen. Selbst die letzte Generation hat gerade irgendwie gesagt, ey, wir radikalisieren uns nicht weiter, so, aber wir malen ganz Berlin orange. Also, man hat gesagt, wir wollen mehr in politischen Diskurs, aber wir wollen Berlin orange streichen. Also, auch da wird es irgendwie heimeliger, weißt du? Auch da will man sich schön machen und man weiß gar nicht mehr, ob man jetzt sagt, so, ist das jetzt irgendwie ein Protestakt? Oder ist es einfach irgendwie schon so ein Tine-Wittler-Projekt? So, man ist sich nicht mehr sicher. Ja, und man will sich nicht weiter radikalisieren. Also, selbst die werden irgendwie, fahren sich runter. Aber dafür fährt im Panoramateil natürlich, fährt alles rauf. Kanye West lebt in Trennung. Heidi Klum. Oli Pocher. Heidi Klum. Lebt in Trennung. Ja, Oli Pocher hat sich verkleidet als der Neue von Amira. Ich weiß nicht, um sie irgendwie auszutricksen und wieder an sie ranzukommen oder um ihn lustig zu machen, man weiß es nicht. Wie soll ich es sagen? Übrigens, er sah auch mehr aus wie Elvis als du. Vollkommen korrekt. Und er hat es nicht gewonnen. Das stimmt sogar in dem Fall. Ja, richtig. Ja. Ja, siehst du, von Pocher lernen, sage ich. Ja gut, Oli Pocher hätte, aber auch der hat halt nicht durchgezogen beim Kostüm, weil er hat sich so verkleidet und hat gesagt, ja, ich verkleide mich jetzt einfach hier wie der neue Freund von Amira. Und auch der hatte den letzten, ja. Der, Achtung, Glücksguru, wie der Glücksguru. Genau, so und der hat aber dann auch den letzten Schritt nicht durchgezogen, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, op, wenn ich jetzt durchziehe und die 100%ige Transformation mache. Dann mache ich hier Blackfacing und habe wahrscheinlich ein mild schweres Problem. So, deswegen, weißt du, er hat den letzten Schritt nicht gemacht und sah aus wie Elvis. Du hast den letzten Schritt nicht gemacht und sah nicht aus wie Elvis. Also, weißt du, so passiert es manchmal. Aber, ja, richtig, ich sah eher aus wie der Frauenglück, der Glücksguru. Ja, der Unglücksguru. Ja, also, ich möchte gerne mit dir reden über diese Performance, ja, von Oli Pocher. Aber, okay. Jetzt, weil ich habe mir wirklich dazu einige Fragen gestellt. Also, man kann natürlich verstehen, ja, jetzt, er sehr verliebt oder in großer Liebe zu seiner, ja mittlerweile Ex, ja, Amira, hat scheinbar wirklich ein gebrochenes Herz. Man merkt es ihm an. Also, das hängt ihm sehr nah nach. Nur, jetzt muss man sich natürlich schon die Frage stellen, vor allem, weil er eher ja auch attestiert, nicht die nötige Reife zu haben. Ob das von allzu viel Reife zeugt, sich erstens wie ihr neuer Lover zu verkleiden und damit auf TikTok oder Instagram zu zeigen, ja. Also, mit, muss man sagen, auch hanebüchenden Statements. Das ist so das eine. Und ich glaube dann, am Rande von, ich weiß es gar nicht, was es war, ich habe so eine, so eine NFL-Übertragung oder so, sich dann auch noch in der Halbzeitpause bei Frauke Ludewig auf die Couch zu setzen und dann auch noch zu dem Thema zu sprechen. Ja, richtig, ich, 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 ja, stimmt. Auch das tat er, muss man sagen. Und vor allem, also, jetzt hätte man ja sagen können, ähnlich wie bei, wer war das denn nochmal, wer hat sich denn letztes Jahr hier noch so reichweitenstark getrennt? Nicht Bibi und Tina, sondern, äh. Bibis, Ludwig, Peles und Julienko? Richtig, und Julienko. So, er wiederum hat ja, Aber in Julienko sage ich nichts mehr, ey, der hat jetzt Arme wie so Schaufelbagger, der klatscht uns beide um. Der hat richtig Gas gegeben. Siehst du, der Mann ist gestärkt aus der ganzen Sache hervorgegangen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ihm sind die Herzen der Fans zugeflogen, er ist stärker denn je in jedweder Hinsicht und, ja, er hat es auf jeden Fall verbieten, sich einfach wie ihr Neuer zu verkleiden und dann da hinzustellen. Also, ich frage mich wirklich, also der Pocher, ja, ich habe ja ohnehin derzeit, oder ich trauere derzeit nach, ja, wo Olli Pocher einfach völlig vergessen war und wirklich völlig von der Bildfläche verschwunden. War wirklich meine Phase, jetzt wo du sagst, wie hat er es geschafft, sich so richtig so echsenartig wieder reinzusneaken? Unter anderem lautet die Antwort, indem er sich ja zusammen mit seiner mittlerweile Ex in diversen Formaten während Corona doch über Influencer lustig gemacht hat. Du erinnerst dich. Damit hat er sich doch quasi zurückgekultet. Ich sag mal so, die Influencer 2023 rümpfen eher die Nase, sind, glaube ich, eher so ein bisschen peinlich berührt von der Performance von Olli Pocher. Ja, wirklich wahr. Naja. Ja, naja, also, wie gesagt. Ja, selten hat das irgendwie, hat eine Trennung von Größe gezeugt, wenn sich der Ex als der Lover, also der neue Lover verkleidet hat. Selten hat das von, also selten hat das irgendwie richtig Größe gezeigt. Naja, dann habe ich noch eine andere Frage. Jan, ich war ja im Ausland, ich konnte ja leider nicht mitmachen, aber hast du bei der großen Joko und Klaas Schatzsuche mitgemacht? Nein, habe ich nicht und die ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das kann ja gar nicht sein. Also ich, so, ich habe eine neue Folge Baywatch Berlin gehört. Genau, die habe ich auch gehört. Klang es so, als wenn wirklich ganz Deutschland still steht und alle nach einem Schatz suchen, vorneweg Christian Lindner für das Loch zu stopfen. Letzte Chance für die Ampel, das Haushaltsloch zu stopfen. Wirklich. Wir müssen die Joko finden. Wirklich. Und den Schatz. Nee, ich habe ehrlich gesagt auch aus dieser Folge davon erfahren. Ich hatte davor irgendwie gar nichts davon mitbekommen. Das kann ja gar nicht sein. Aber wie, weißt du zumindest, wie groß jetzt dieser Schatz war? Eine Million Euro. Eine Million Euro? Ja. Na gut. Also, und das Ganze war dann irgendwie mit Rätseln unterlegt und wenn man die gelöst hat, dann hat man die Koordinaten herausgefunden, oder was? Also der Christian Lindners beste Chance wäre da gewesen, Joko Winterscheid aufzulauern, ihn als Geisel zu nehmen und dann irgendwie 20 Millionen zu erpressen. Das ist so. Ich kann die Million behalten. Ich will 20, sonst kriegt die Joko nicht zurück. Ich hätte aber auch geil gefunden, wenn der Bundesverfassungsgericht da gesagt hätte, nö, das ist okay. Wir haben gesagt, wir brauchen die Kohle. Wir haben nicht gesagt, wie ihr euch die holen solltet. Also, für uns safe. Genau. Die werden so kurz angeguckt, weil sie so von der Tribüne und alle so, nö, nö, ist okay. Wir können ja mal Durchschritt machen. Also es war ja wirklich viel los. Dann war Heidi Klum, war irgendwie in Las Vegas auf dem Rave, da war ja Formel 1, da war sie auf dem Rave fast oben ohne mit ihrem Lover. Ja, die haben Gas gegeben. Da sind fast die Busen, so wie wir sagen, sind da fast wirklich aus dem Oberteil gepurzelt. Ja. Also, ja, da gibt sie Gas, die Heidi. Ja, richtig. Da gibt sie Gas. Also das war auch noch, dann ist jetzt große, wie heißt die nochmal, ist das die, wie heißt die denn, ist das die Mutter von Daniela Katzenberger? Wer denn? Heißt die Klein, Peter Klein und die andere, von wem sind die denn nochmal? Da ist auch wieder irgendwas los. Aber da gab es doch irgendwie damals diesen Fremdgeh-Skandal, oder? Den haben wir doch auch ganz eng begleitet hier in der Sendung. Aber da ist die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Chaos. Ah, okay. Ja, siehst du, also, ich habe das Gefühl, du hast am Ende aus Portugal heraus doch mehr mitbekommen, als ich. Also, wahrscheinlich einfach, weil du konsequent alles bei TikTok verfolgt hast, ne? Nee, gar nicht so richtig. Ich habe das nur bei der Bild gesehen und irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wer zu wem da gehört hat. Aber sind das die Eltern von Daniela Katzenberger eigentlich? Möglich. 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 Ich habe übrigens noch einen ganz kurzen Nachtrag. Bitte. Nämlich zur Schatzsuche. Ja, bitte. Ich habe mich hier mal schnell kundig gemacht und habe es herausgefunden. Also, der Gewinner der Show, Gerüstbauer Tobias, der hat den Geldkoffer gefunden, in Sachsen übrigens war das Ganze. Ja, da hätte ich mir schon schwer überlegt, auch wenn ich gewusst hätte, wo es ist, ob ich wirklich hingefahren wäre. Also, aus Sicherheitsgründen, ne? Ja, oder einfach so. Die hatten, die hatten die, in Sachsen, da hatten die die eine Million, hatten die versteckt direkt im Bernsteinzimmer. Wollte ich gerade sagen, war da nicht noch irgendwie so, so ein Nazi-Zug versteckt irgendwo. Und Tobias wohnte einfach nur zehn Minuten entfernt. Also, der wohnte im Grunde genommen, der wohnte einfach um die Ecke. Und weißt du, wahrscheinlich haben sich da wirklich, das haben die ja so erzählt, dass sich die Leute komplett den Kopfplatz zerbrochen haben und so ein Kram, weißt du? Und da richtig gerätselt haben und überall hingefahren sind und wahrscheinlich saß der so zu Hause, so irgendwie, weißt du, hat gerade so irgendwie so, kam von der Arbeit nach Hause, so Abend gegessen, guck so aus dem Fenster. Und dann fährt er so ein ProSieben-Bus vorbei und er so, okay, das kann wohl sein, ich fahr den mal hinterher, weißt du? Und dann einfach so gar nicht mitgemacht, nur irgendwie die Folge gehört oder irgendwas so mitgekriegt, so. Und dann einfach gar nichts gemacht, kam Rätsel, der ist den hinterher gefahren und so, ist der da? Ja, ich bin auch da, ihr gebt gerne den Koffer und so. Und das wäre so geil, wenn er so gewonnen hätte. Das würde ich ihm sehr gönnen, so wirklich gar keinen Aufwand gemacht, weißt du, und dann gewonnen so. Weil dann ist einfach auch diese Moral von der Geschichte, ist einfach so, ja okay, scheiß drauf, ist alles nur Zufall. Genau, Faulheit lohnt sich und es basiert alles nur auf Zufällen im Leben. Ich lese hier, er hat scheinbar ein bisschen Effort zumindest betrieben, nämlich er hat einfach Papa Platte, das ist ja so ein Streamer auf Twitch, dem hat er zugeschaut. Der hat nämlich das Rätsel zusammen mit seinen Zuschauern ja gelöst und das hat er gesehen, da ist er hingefahren und hat gewonnen. Ja, du, gut kopiert ist besser als schlecht selbst gemacht. Sag ich ja immer, so sind schon die Sambas reich geworden, insofern Props an Tobias den Gerüstbauer. Maxi, wir müssen langsam aber sicher dem Ende entgegenkommen, weil deine Stimme, die reicht heute nur für eine Bittestunde. Wenn das besprechen wir dann nächste Woche, ausführlich. Ja, wir werden es dann allerdings schon in der Retrospektive besprechen. Wir sollten zumindest mal so einen kleinen Sneak Peek jetzt noch geben, ein, zwei Minütchen. Und zwar nur zu sagen, auf was kann man sich freuen. Ganz kurz, am Samstag. Also erst mal auf die allerletzte Sendung, wenn das. Genau. Jetzt ist wirklich final, final. Angeblich, aber auch da. Hiernach wird Thomas Gottschalk eingesumpft. Nach der guten Tradition der Dinos. Ja, richtig, genau. Es ist ja so, die Show findet wo statt? Weißt du wo? Ich glaube, da, wo er die erste Sendung stattgefunden hat, in Offenburg oder so. Also, meines Wissens. Irgendwie, also nichts ausgefallen Aufregendes. Nichts ausgefallen Aufregendes. Also, meiner Meinung nach findet die Show in Düsseldorf statt. Nee. Dachte ich zumindest. Ist das nicht so? Das muss kurz noch recherchiert werden. Ja, das recherchieren wir bitte. Wo letzte Show? Oder was googelt man da? Ja, genau. Wo letzte Show wird denn das? Du hast recht. Du hast natürlich völlig recht. Es ist schon wieder in der Baden Arena in Offenburg. Und ich glaube, einfach nur, weil der da um die Ecke wohnt. Ich frage mich immer, where the fuck ist Offenburg? Burda. Burda. Französische Grenze. Offenburg ist da am Arsch der Welt. Ja, wirklich. Das ist am Arsch der Heide, aber er wohnt ja in Baden-Baden. Ja, ist auch kein schöner Ort, muss man wirklich sagen. Da steht ein Riesenhochhaus, der Hubert-Burda-Verlag. Und der Rest, er so sieht aus wie, als hätte man sich gesagt, damit diese Autobahnen, die da alle so herführen, nicht so alleine sind, bauen wir ein paar Häuser drum. So sieht es so ein bisschen aus. Ja, der Rest wurde schon eingesumpft. Ja, richtig. Aber ich glaube, das wird hier wieder ganz großartig. Ja, Helene Fischer tritt auf. Die tritt auf. Shirin David macht ja nur noch sehr, sehr freizügige Shows. Wahnsinn. Wahnsinnig. Also ob sie das wohl auch bei Wetten, dass macht, aber wobei, letzte Sendung, die kann blank ziehen, gar kein Problem. Also Thomas Freutz. Michelle Hunziger ist nicht dabei, ne? Habe ich das richtig verstanden? Nicht dabei. Das finde ich persönlich schon mal schade. Weiß man warum? Weiß nicht. Er hat den Sexismus nicht mehr ertragen. Oder hat Thomas Gottschalk erfahren, dass sie Großmutter ist und hat gesagt, Iba. Sie ist ihm zu alt mittlerweile. Er holt sich deshalb Leni. Leni Klum jetzt an seine Seite. Die kommt doch bestimmt, oder? Also wer ist denn noch angekündigt? Wer kommt denn noch? Ja, also angekündigt auf der Couch sind Cher. Matthias Schweighöfen. Cher kommt auch. Cher. Cher. Also Cher auf der Couch. Ja, das ist mal ein Witz, ne? Das ist wirklich ein guter Witz. Cher auf der Couch, das ist ein Treppenwitz. Weißt du? Ja, hör mal. Das ist hier richtig Gymnasiastenhumor. Da liege ich vor dem Lachen unterm Tisch. Das ist der Interior-Witz des Tages. Oder wie du sagen würdest, der Inventar-Witz des Tages. Ja. Also, Matthias Schweighöfer ist da, ja? Ich weiß nicht, hat er einen Film gedreht zuletzt? Wir werden es spätestens am Samstagabend erfahren. Ja, aber er hat eine richtig gute irgendwie XXX-Lutz-Werbekampagne gedreht. Also ist doch scheißegal, was der Mann anfasst, wird zu Gold. Eben. Und außerdem, das hat so viel Qualität bei ihm. Ich würde sagen, mittlerweile für mich ist es das Gleiche. Richtig. Dann auf jeden Fall auch auf der Couch. Wer ist es? Stephanie Stoppenbeck. Kennst du die? Nee. Ich auch nicht. Finden wir raus, wer es ist. Stephanie Stoppenbeck. Stoppen. Stoppenbeck. Stoppenbeck. Außerdem Jan-Josef Liefers. Like, wer ihn noch kennt. Klar, der wird mit der Couch da ausgepackt. Ich habe wieder einfach mitgeliefert direkt. Aber auch mit dem Schal. Wichtig. Wichtig. Bastian Schweinsteiger und seine liebe Freundin Anna Ivanovic. Natürlich. Ich dachte eigentlich, wer mittlerweile mit der Dame zusammen moderiert hat. Oha. Weißt du? Oha. Ist das immer das Check? Ja, genau. Nee, bei der WM war das jemand anders. Nee, aber jetzt ist er ja mit Esther Zettler Check. Esther Zettler Check. Ja. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Aber gut. Dann live on stage auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, Schirin, David. Helene Fischer. Dann unsere atemlos durch die Nacht Ikone Helene Fischer. Ja. Und Cher. Ja. Ja. Und wer auch natürlich nicht fehlen darf, ja. logischerweise irgendeine alternde Boyband, die sich jetzt wieder vereint, wieder vereint hat. Nämlich? In Sing. In dem Fall, wer ist es? In Sing. Take That. Take That. Take That. Take That. Aber in welcher Besetzung? Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald. Also nur die Dreierbesetzung, okay. Mhm. Okay. Aber gut. Robbie findet immer noch keine Hose und sitzt immer noch in Unterhose und guckt immer noch Doku. Falls du es mitkriegst. Es gibt ja eine neue Robbie Williams Doku, die eigentlich ganz cool ist, aber was mich sehr irritiert hat, dass er einfach die ganze Zeit in Unterhose und Unterhemd da liegt und sich das anguckt. Und da habe ich wieder festgestellt, Muskelshirts sind einfach nichts. Muskelshirts gehören verboten. Ja. Es hat immer so diesen, so einen leichten Hartz-IV-Charakter, oder? Ja, genau. Der sitzt in so einer, weiß nicht, 20 Millionen Euro Villa in den teuersten Klunkern, aber richtig, der sieht trotzdem ein bisschen obdachlos aus in diesem Outfit. Das Einzige, was da eigentlich noch fehlt, ist, dass er sich so selbstgemachtes Spaghetti selbstgemachtes Spaghetti und dabei halt kippenstopft. Ja, wirklich wahr, wirklich, also wirklich, es würde einen nicht wundern und da muss man wirklich sagen, also, ne, auch irgendwie, ähm, Gold behangen ist ein Stück Scheiße, immer noch ein Stück Scheiße sozusagen, ne, also dieses, dieses Oberteil ist einfach nichts. Also, er hätte sich viel besser, also er hätte sich, er hätte sich vielleicht, bevor er die Doku gemacht hätte, einfach einmal kurz die David Beckham-Doku angucken müssen. Ja, genau. Sollte das so kommen, einen kleinen Schritt, und dann wäre die Garantie, weil die Story ist natürlich viel spannender, von wirklich Drogenabsturz, einem ziemlichen Hass auf die Band, äh, wirklich, dann spielt der Napworth und ist so richtig, also, weißt du, so, es ist halt eine viel spannendere Geschichte, so, ne, diesen, diesen, dieses, dieser immer größer werdende Erfolg und dabei immer dieser immer größere Dämon, der so in ihm ist, weißt du, so, das ist ja, also, und dann ist es halt so, eigentlich hochspannend, hochspannend, aber du siehst, die ist, die ist, die ist immer noch gut produziert, aber sie hätte noch geiler produziert sein können, so, wenn man halt, wie gesagt, die David Beckham-Doku, also, da hat man halt ja, es ist natürlich eine nette Geschichte rund um David Beckham, also, aus einfachen Welten, aber es ist halt nur ein Fußballer, das hat halt, das hat halt einen netten Appeal, aber ist halt dann so, das ist halt nicht Rockstar genug, da ist gar nichts Dunkles dabei, da ist nichts Düsteres. Fallhöhe, Thema Fallhöhe. Genau, und wenn man die, also, wenn man auf dem David Beckham-Level diese Robbie-Williams-Doku produziert hätte, hätte ich gesagt so, äh, Chapeau. Hm, ja. Naja. Ähm, na gut, aber vielleicht kannst du irgendwie Cher dann wenigstens rausreißen, ne? Ja, gut. Wir werden es sehen, mein Lieber. Ähm, ich freue mich jedenfalls drauf. Wie über die erste Hälfte ihres Lebens. Sagt so, jetzt geht's erst richtig los. Ja, ich wäre jetzt ein, meinst du, wenn man sich öffentlich mittlerweile dazu bekennt, wird man schon gecancelt? Äh, aber dazu kann ich nur, dazu kann ich nur einen netten Spruch sagen von Matt Rife, der jetzt gerade ein Netflix-Special hat, der ja so der gehypteste Jung-Comedian aus den USA gerade ist, durch TikTok berühmt geworden. Ich kenne ihn tatsächlich, ja. Ja, natürlich, alle kennen ihn und er ist natürlich, ich hab, und ich hab gedacht so, boah, ich, der ist ganz lustig und ich dachte, er wird mir von einem Moment. Er ist so der gut aussehende, der gut aussehende Felix Lobrecht aus den USA. Ja, ja, total krass und er macht natürlich super gutes Crowdwork und so und ich hab dann gesagt, also er ist auch besser im Crowdwork, sein Comedy-Special ist so okay, ähm, hätte ich gesagt, vielleicht eine Nummer zu früh für ihn, aber es ist schon gut, aber jetzt nicht wirklich outstanding, so sein Crowdwork-Zeug ist deutlich besser und man merkt, er ist noch nicht, gar nicht so lange im Game, ähm, und, ähm, was, aber eine Sache, die da eben sagt, äh, weil er dann auch sagt so, äh, weil jemand ihn canceln möchte und dann sagt er so, ähm, ihr könnt mich nicht canceln, ich bin, ich bin ja kein, äh, kein Fitnessstudio-Abo, weißt du, so, ihr könnt mich, so, und das ist halt immer das Ding so, ne, ihr könnt mich nicht canceln, äh, so, weil ich bin halt ein Mensch und, wie gesagt, kein Fitnessstudio-Abo, äh, ja, und deswegen, Jan, du kannst dich zu allem bekennen, also, sagen wir mal so, du kannst dich zu fast allem bekennen, ähm, zu vielem, ja, du kannst dich zu vielem bekennen, äh, also sagen wir mal zumindest mal so weit, du kannst dich zu welten das bekennen, ähm, und dass du das guckst und auch begeistert bist, das ist vollkommen okay, ähm, ja, es sei denn, ich stelle bis Samstagabend irgendwann fest, dass ich ein Fitnessstudio-Abo bin, dann, ja, oder, oder jetzt halt, nee, schwierig wird es natürlich jetzt auch, wenn in der kommenden Woche noch vielleicht irgendwie jetzt auf einmal, ähm, weiß nicht, Thomas Gottschalk noch irgendwie Twitter entdeckt und nochmal irgendwie, oder nochmal irgendwie in den einen oder anderen YouTube-Rabbit-Hole rein stolpert und sich halt irgendwie im Schnellverfahren radikalisiert und am Freitag vor der Veranstaltung nochmal so ein paar antisemitische Dinger rauskloppt oder irgendwie, was weiß ich, äh, was er da noch macht oder so, ähm, dann könnte es schwierig sein, dann kannst du, dann kannst du mir aber immer noch Bescheid geben und sagen, ähm, okay, nimm es raus, wir lassen es unter den Tisch halten, du schreibst eine große Entschuldigung, ähm, oder wir kopieren direkt die Entschuldigung, die, die, in Anführungsstrichen, Entschuldigung von Richard David Precht, äh, hier rein und dann ist auch alles wieder safe. Weißt du, was ich mich übrigens noch frage, jetzt ganz zum Abschluss, Lisa und Lena, die haben doch Backstage immer so toll für die sogenannten jungen ZuschauerInnen die Show eingefahren. Die haben sie auch getrennt. In den letzten beiden Jahren. Die haben sich doch getrennt, also wie wird diese Lücke denn geschlossen? Weiß nicht, entweder Lena oder, weh, weh, eine von beiden hat geheiratet, ne? Mhm. Und seitdem ist Schluss mit der anderen. Ja, deswegen, also die, die jetzt geheiratet hat, vielleicht dann mit neuem Mann? Ja. Weiß nicht, oder die eine und Olli Pocher verkleidet als die andere? Das ist auch witzig. Oder einfach Olli Pocher und seine Ex, also nicht Amira, sondern die Sandy, genau, mit der er jetzt den Podcast macht. Aber verkleidet als Lisa und Lena oder wirklich als die beiden? Lieber verkleidet als Lisa und Lena oder einfach der Glücksguru, also wir wissen es nicht. Das bleibt wirklich die eine große ungeklärte Frage, die gilt es zu beantworten und die. Und es gilt natürlich auch, es ist ja die allerletzte Sendung, wenn das. Ja. Wahrscheinlich wird kommen, natürlich, lebt Wolfgang Lippert noch, hat der das nicht mal auch gemacht? Ähm, lebt noch, hat es auch mal gemacht für zwei, drei Folgen. Ich glaube, das war dann wirklich so die ganz unerfolgreiche Ära von Wetten, dass. Also ich wette, er kommt. Ich wette, er kommt. Wösen Sie sich. Dann kommt natürlich hier ein Freund, der es erfunden hat und gemacht hat. Wie heißt er denn? Ja, ich habe ihn auch gerade vor Augen. Ähm, aber kommen wir auch nicht auf den Namen. Ja, mein Gott. Ja. Natürlich Frank Elstner. Frank Elstner, richtig. Und Lanzi wird auch kommen. Meinst du? Das ist, ja, dass er da über seine Schatten springt mittlerweile? Ja, also ich hoffe schon. Also es würde sonst, es ist so einfach zu kommen und zu sagen, yo, ich bin auch, also alle Hosen mal da ran. Das wäre ziemlich geil, wenn wirklich Markus Lanz nochmal käme und würde dann im Duell gegen Thomas Gottschalk Kriegestütze machen, ja. Ja, das würde ihn auf jeden Fall sympathisch machen. Und da würde ich sagen, ich höre ja immer sehr viel Kritik über ihn, auch dass er privat so gar nicht so ist, wie er immer tut. Und ich gebe, weil ich ihn ja privat nicht kenne und bei den Leuten gehe ich jetzt auch davon aus, dass die den privat nicht kennen, sondern ihn nur so semi-öffentlich kennengelernt haben. Seine Frau beispielsweise. Zum Beispiel. Hat Markus Lanz bei mir immer noch den… Bei dir hat er noch Kredit? Ja, also zumindest gebe ich ihm noch die Chance zu sagen, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt und sollte ich ihn treffen, hat er bei mir die Chance, mich zu überzeugen, dass es ein bodenständiger, sympathischer Typ ist. Also, und das finde ich doch toll, damit schließen wir jetzt hier auch die Sendung einmal ab. Ja, also, ihr habt es gehört, der Appell geht raus an Markus Lanz. Markus Lanz, wenn du das hörst, melde dich doch bitte bei Max Konrad, ergreife diese Chance. Übrigens, das haben wir noch ganz vergessen und das müssen wir vielleicht noch erwähnen, also ergreif die Chance, aber wo wir gerade davon sprechen, bitte melde dich, Hans Weiser ist gestorben. Ja, richtig. Also, wir haben oft und lange über ihn hier in der Sendung gesprochen. Ja. Jetzt ist er tatsächlich verstorben, relativ überraschend und ich habe irgendwie nur so die Berichterstattung drumherum ein bisschen mitbekommen. Unter anderem, Olli Pocher hat sich da auch nochmal dazu gemeldet, aber tatsächlich sehr wertschätzend, weil er hat ihn ja tatsächlich entdeckt, ja, und, was ich nicht wusste. Also, für meinen Wohlstand ist komplett Hans Meiser verantwortlich, weil er mir sehr gute Finanztipps gegeben hat, jetzt gerade im Spätwerk seiner Karriere, ne, das kann ich nur sagen. Also, durch ihn bin ich Milliardär geworden. Also, zwei Medienschaffende dieses Landes, ja, haben Hans Meiser einiges zu verdanken. Ich unter anderem viele gruselige Sonntagabende, weil bei meinen Eltern wurde immer viel Notruf geguckt früher und außerdem, was ich dann interessant fand und nicht wusste, Hans Meiser hat jetzt scheinbar auch am Ende seiner Karriere nochmal einen Radiosender gegründet, ja, und der, also dieser Radiosender, ich weiß es nicht, ich will es aber auch lieber nicht wissen. Nee, wollte ich gerade sagen, will man lieber nicht wissen, lässt man lieber, für mich ist die große Frage, wurde Hans Meiser jetzt zum Ende hin einfach in diesen Notruf-Hubschrauber weggeflogen? Weil das wäre würdig. Das wäre wirklich würdig gewesen. Radio Wellenrausch, das ist übrigens der Radiosender gewesen, der hat dann auch eine Pressemitteilung veröffentlicht zu seinem Tod, also zum Tod von Hans Meiser und hat dann darin aber fünfmal nochmal untergebracht, Radio Wellenrausch, dass das ja jetzt der neue Radiosender von Hans Meiser war. Also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Radiosender, also wenn ich einen Radiosender mache und da den Begriff Rauschen unterbringen will, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Qualität ist, naja, gut, muss man sich immer selber überlegen. Naja, es wird jedenfalls weiter gesendet, in diesem Sinne. Weißt du, das ist so ein bisschen, als wenn du sagst, wir sind irgendwie Kellerunternehmen immer feucht. Weißt du, das wäre auch irgendwie, es kommt, irgendwie würde man denken. Wirkt erstmal komisch. Und ich weiß auch gar nicht, ob die da bei Radio Wellenrausch zu solchen Wissen aufgelegt waren. Oder Reifenhandel Dauerplatt. Weißt du, so will man nicht. Ja, genau. Also, ich habe den Witz verstanden. Aber, ob das so witzig gemeint war beim Thema Wellenrausch, wir wissen es nicht. Oder vielleicht war das ja auch so ein Inselradio. Das kann natürlich auch sein. Das wäre auch nicht schlecht. Ich dachte eher so wegen Radio Wellen und Rauschen. Naja, man weiß es nicht. Aber, ne. Das finden wir vielleicht raus. Wir sagen erstmal hier, Hans Meiser, rest in peace. Er hat uns tatsächlich ja auch irgendwo medial beeinflusst im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und Max, wir freuen uns auf jeden Fall auf Wetten, dass. Ich werde es sehen und wir machen dann nächste Woche die ganz große Nachlese. Dann bei dir vermutlich jedenfalls auch wieder ohne Sniffles und mit toll geöhlter Stimme. Nach der Genese. So ist es. Und in diesem Sinne, dir weiterhin gute Besserung. Ja. Unseren lieben Zeitgeist und Wundergirls. Eine schöne Woche. Gehabt euch wohl. Wir küssen eure Augen. Ja. Und auch mehr. In diesem Sinne. Sweet dreams, ne. Tschüss. Ciao, 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 ciao. Untertitelung des ZDF, 2020